Willkommen sind im Kern eine Lebensform, in der es darum geht, weniger strukturelle Abhängigkeit vom Markt und Staat zu schaffen. Dabei geht es im Kern darum, diese Ideen von Freiheit, Fairness und Lebendigkeit zusammenzubringen und das so zu tun, dass es sich gut anfühlt. Das Buch macht Mut, das Buch rüttelt an den Grundfesten von liebgewordenen Denkgewohnheiten und vor allem gibt es Sprache für das, was wir wirklich, wirklich zum guten Leben brauchen. Gelingende Beziehung, Zusammenhalt, Freiheit, Fairness und Lebendigkeit. Gelingende Beziehung